Musik Meine Damen und Herren, es ist soweit. Ich eröffne die 123. Travemünderwoche mit dem traditionellen Signal. Heißt Flagge! Ja, liebe Zuschauer, das war's. Das war der offizielle Startschuss. Damit ist die 123. Travemünderwoche eröffnet. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass Petrus uns gediegen bleibt und schönes Wetter uns bringt, schönes Segelwetter. Und allen Seglern wünsche ich Mast- und Schotbruch. Ja, und viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020